Ich melde mich ja auch mal wieder ich werde hier hauptsächlich fürs erste auf dem channel nur clips aus meinem stream hochladen mal gucken ob ich auch games vom stream nehmen kann wo das problem liegen wird ist wahrscheinlich die qualität ich muss dann noch gucken aber damit auf den channel auch mal bisschen was passiert werde ich einfach mal die clips hochladen aber die die mit dem blauen armen die fühle ich auch neu anfangen was genau wieder neu anfangen wenn du unbedingt sie nehmen willst ich habe noch gar keiner stellt ist sie schwer oder einfach serena bin nie gemacht also fähigkeiten sonst scheiß aber die ist stark du weißt doch bestimmt wer ich bin die tigerin von patali verbrechensbekämpferin friedenskämpferin was bruder ich heiße amara zyki fragt wie wie unser tag war kevin schlafen nach schmerzen verbrechensbekämpferin Töte die Kette! Im Namen der Kalypso! Was macht? Du wirst mein neuer Nachttopf! Ich kack dir in den Kopf! Hehehe, schütte auch in den Kopf kacken, Kevin. Ich weiß. Was ist dein Host hier? Oh, du liebst mich! Wie skill ich das? Also ich hab noch null Skillpunkte. Oh, das ist schon geil. Hey! Oh, das ist einfach gesperrt! Oh, das ist so dumm, Alter! Oh, das ist so dumm, Alter! Oh, das ist so... Oh, da ist so dumm! Oh... Oh! Aufgenne ich mir erst mal einen Snicker. Kevin, nick dir nur zu! Wie Kevin in den Haken guckt! Ja, kevin. Ja, kevin. Oh, kevin. Mobbing. Er weiß aber nicht mehr, was er tun soll. Ah, er hat so einen dicken Schwanz. Ich sehe es, ich sehe es. Mit diesen Kuhkannen nicht Wände zerstellen, oder was? Äh, ja, aber ich glaube die Wand nicht. Ja, aber ich glaube die Wand nicht. Oh, hä? Was ist das denn? Tot! Ah! Behinderung war, äh... Der hat nur mit der Hälfte des Körpers. Hälfte. Nochmal? Ja. Alter Mann? Behinderung? Beten, beten. Yippie! Ah! 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 Ah!